Und damit wieder ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Time. Ja, wir haben in der letzten Folge die komplette Benennung unserer verschiedenen ME-System Bereiche gemacht, indem wir die verschiedenen Interfaces mit Name Presses versehen haben, beziehungsweise mit Namen bezeichnet haben. Wir können jetzt in unserem Interface Terminal hier zum Beispiel den Energy Infuser sehen, obwohl dieser eigentlich an einem Item Buffer angeschlossen ist, dieses Interface. Wie haben wir das gemacht? Kurzes Recap, auch was, was ich in der letzten Folge gar nicht gezeigt habe. Und zwar braucht ihr ein sogenanntes Cutting Tool. Das könnt ihr aus Nether Quartz oder aus Zertus Quartz bauen. Und ihr braucht dazu ein Eisen Ingot. Zack, zack. Und wenn ihr dann mit dem Cutting Tool Rechtsklick macht, könnt ihr hier in dieser GUI das Iron Ingot reinlegen, könnt das Friedhelm nennen. So, und dann haben wir eine Name Press, die Friedhelm heißt. Und wenn wir jetzt ein Interface benennen wollen, dann gehen wir an einen Inscriber und legen diese Karte da rein und legen ein Interface in den Inscriber, in den mittleren Slot. Also im Grunde genauso wie hier oben Name Press, hier ein Interface und dann kommt hier hinten ein Interface raus, was Friedhelm heißt. Das noch als kleiner Nachtrag zur letzten Folge. In dieser Folge wollen wir uns um die Türme da hinten kümmern. Ich hatte allerdings Ende der letzten Folge noch was angeteasert, dass ich diese Folge zuerst machen wollte. Und dafür stehen wir hier schon an genau der richtigen Stelle. Nämlich hier diese Level-Maschine habe ich ein bisschen verändert. Hier kommen ja alle Essence-Berries an, die hinten im Garten geerntet werden. Die werden hier zerdrückt und deswegen fliegen immer wieder Level in diesen Vakuum-Hopper. Der macht XP draus. Und diese XP kommen mit einem Dimensional-Transceiver auf einem Kanal an, der nennt sich Liquid XP. Und wir haben ja nicht nur diese eine Stelle, wo Liquid XP gemacht wird, sondern wir haben mehrere Stellen. Wir haben hier die XP-Vakuums sowie die Mob Crusher, die direkt Fluid Essenz herstellen. Da war es bisher so, dass die Essenz der Mob Crusher hier reinging und dann quasi weiter auf den Essenz-Kanal verteilt wurde. Auch nur bei dem Tank. Das war alles ganz provisorisch von Peter und mir gemacht. Jetzt haben wir folgendermaßen die ganzen Sachen geändert. Alles, was hier erzeugt wird, sowohl die Essenz als auch die Liquid XP, kommen mit einem Fluid-Konduit nach drüben zu dem Versauberungsstand. Auch die Essenz, die wird zwischendurch umgewandelt mit einem Fluid-Or-Dictionary. Muss ich hoch oder muss ich? Ne, ich kann unten durch. Genau, ein sogenanntes Fluid-Or-Dictionary, das wandelt Fluide um in die unterschiedlichen gleichwertigen Fluide. Das heißt, Liquid XP und Essenz sind quasi gleichwertig. Man kann das eine in das andere umwandeln. Was ist also der nächste Schritt, der passiert? Hier kommt irgendwo ein Fluid-Konduit an. Wir können ja mal in den Wartungskanal gehen. Da kann ich euch das von hinten einmal zeigen. Also gehen wir hier rein und einmal ums Labor drumherum. Nicht erschrecken. Na, hier hänge ich zwischen zwei Lampen. Nicht erschrecken wird jetzt ein bisschen schneller hier. Nicht, dass euch schlecht wird, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. So, ihr seht das. Hier kommt ein Fluid-Konduit raus. Da sieht man das Ende Fluid-Konduit. Und dieses Konduit kommt von hier, von der Mob-Farm und geht hier in den Boden. Das kommt hier drüben raus. Das ist die Ecke. Ihr seht, hier hören die Laboratory-Blocks auf. Nur zur Orientierung. Es ist also da ein Fluid-Konduit im Boden. Das kommt an der Stelle an. Achso, das ist nur der neue Wartungsraum hinter den Maschinen. Ins Labor geht es hier lang. Ja, da kommt also dieses Konduit aus der Wand. Und wenn ich jetzt hier mal aufmache, dann sieht man folgendes, dass ich da einen Stein vergessen habe. Okay. Laboratory-Block. Stopfen wir gleich alles. So, hier kommt dieses Ende Fluid-Konduit an. Ihr habt gesehen, wo es herkommt. Und hier kommt der Dimensional-Transceiver an. Der bringt nämlich alle Liquid-XP aus dem Raum da hinten, also von den Essence-Berries hier drüben rein. Und hier wird das Ganze dann weiter verteilt. Hier ist zuerst mal beziehungsweise gar nicht mal zuerst, doch hier ist zuerst ein einen XP-Obelisk angeschlossen. Der hat die höchste Priorität. Ist jetzt in dem Fall drei. So, der nimmt alle Level an. Allerdings ist das Problem, dass 4902 Level und das bisschen hier, dieses dritte 900 Dritte noch angefangen, ist das Maximum, was dieser XP-Obelisk von Ender-IO aufnehmen kann. Dieses Interface hier ist nur Fassade. Also, wohin mit den zusätzlichen Leveln? Dann haben wir hier auf der zweiten Priorität, kann ich euch jetzt, kann ich euch das so zeigen, wenn ich hier vorstehe? Vielleicht. So. Auf Priorität zwei haben wir dann diesen Soulbinder, das heißt, der soll auch immer Level bekommen. Und wir haben von dem Soulbinder, muss ich ganz ehrlich sein, dann müssen wir eventuell noch mal umbauen. Fährt mir jetzt selbst gerade auf, aber das ist eine Sache von 5 Minuten. Machen wir vielleicht ein andermal oder wenn wir Peter im Stream helfen. Hier auf Priorität eins ist dieser Tank, der wird nur gefüllt, das heißt, hinterher kann man sich da Eimer rausnehmen und so weiter. Das Ganze ist hier auch noch angeschlossen, dieses XP-Drain ist quasi einfach unsere Möglichkeit, unsere ganzen privaten Level zu saven und in das System zu überführen. Was passiert dann hier noch? Hier sind Book & Quill, das ist einfach nur fürs Entschadenen, macht sich in der Ecke ganz super. Was passiert denn jetzt aber mit den überschüssigen Leveln? Die gehen hier in diesen Receiver, man sieht das hier, da sind die Insert, auf Minus 2, das darf wirklich nur das Überschüssige rein und wohin sendet der? Der sendet auf eine neue Frequenz namens XP-Überschuss. Diese XP-Überschuss-Frequenz habe ich neu erstellt und die hat folgendes Ziel, gehen wir mal rüber hier in die Mob-Farm, denn hier oben drüber habe ich einen sogenannten Essence-Hub erstellt und dieser Essence-Hub hat folgende Funktion, hier drüben kommt nämlich an der XP-Überschuss. Alles, was drüben überschüssig ist, was weder in dem Soulbinder noch in dem Tank noch in dem Experience-Obalisk irgendwie verarbeitet werden konnte, geht hier rein, geht in in diesen Fluid-Or-Dictionary-Converter und hier seht ihr es, Liquid XP, Liquid XP und der macht eben Essenz draus und die Essenz, die geht zuerst in diesen Black Hole Tank und ihr seht, da ist schon einiges am Puffer entstanden, dieser Black Hole Tank leert sich und geht hier in dieses Super-Laminar-Fluid-Duct aus dem Super-Laminar-Fluid-Duct Seht ihr, kommt das hier in diese Tanks rein, diese Essenz-Tanks, die kennen wir, die stehen hier schon sehr lange und diese Essenz-Tanks werden unten jetzt beide gleichzeitig von Conduits abgezapft und hier gehen in diesen Dimensional Transceiver, die senden an eine sogenannte Essenz-Vorlauf-Frequenz, die kennen diejenigen, die hier die erste Folge von meiner kleinen Time-Serie gesehen haben denn diese Essenz-Vorlauf-Frequenz kommt hier an und diese sendet dann in diesen Tank und aus dem Tank geht dann alles weiter in die eigentliche Essenz-Frequenz so, da haben wir mehrere Pufferspeicher, mehrere Systeme miteinander kombiniert und ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu verwirrend gewesen wir schließen dieses Loch hier, warum auch immer das da gewesen ist, zack, und widmen uns nach mittlerweile zehn Minuten Erklärung unserem eigentlichen Vorhaben in dieser Folge hier, so und so und was wir machen möchten ist, diese Anlage ein bisschen umzubauen, damit sie auch senkrecht steht, dafür gehe ich als erstes her und mach die ganzen Inscriber kaputt, das ist notwendig, weil sonst können wir sie nicht anders aufstellen, keine Angst, ich bin mir sicher, wir kriegen das wieder hin, wirkt jetzt vielleicht wie ein großes Chaos, aber gemeinsam können wir das wieder aufbauen und ein bisschen schicker machen, würde ich sagen, man darf da einfach manchmal keine Skrupel haben, so eine große Anlage auch mal anzupacken und wieder kaputt zu machen, wenn man es hinterher cooler aufbauen will und wenn man das selber aufgebaut hat, dann weiß man ja auch, dass man es kann und dann macht man ja im Grunde auch nicht so viel kaputt, so, hier oben ist noch irgendwas drin, ah, okay, das ist hier überhaupt die Stromversorgung für die Ecke, dann müssen wir das natürlich gleich noch hierüber ja, anders verbinden, müssen wir in der Ecke noch ein bisschen Conduit-Fassaden verlegen und ein paar Elektro-Conduits in der Wand verstecken, sollte aber an sich auch kein Problem sein. So, dann machen wir mal direkt den Weg frei für die Strom-Conduits, dafür gehen wir hier rein, zack, und gehen direkt eine Ebene nach hinten, da geht's durch, hier unten in den Boden und da kommt es dann wieder raus, nehme ich mal an. Das ist jetzt ein Item-Conduit, wir müssen hier einiges aufreißen, also von daher vielleicht mal auch mit größerem Gerät, so, damit wir auch sehen, was wir hier am Ende machen. So, lass uns mal kurz erstmal überlegen, wie das Ganze hier zusammengebaut war. Hier werden Klamotten reingelegt und wo werden die abgeführt? Die werden hier abgeführt. Gut, zack, dann müssen wir uns hier nochmal ein bisschen Platz machen, machen wir nachher alles in Folge zu. Da ist Item-Buffer, zack, der extrahiert Redstone auf dem roten Kanal und hier wird Silicon auf dem schwarzen Kanal extrahiert. Alles klar, wunderbar, so machen wir es. Rutterkanal Redstone, schwarzer Kanal ist Silicon und hier passiert noch etwas weiteres, da kommen nämlich die Prozessoren an und die laufen auf dem blauen Kanal. Ich lasse das mal so offen, weil wir müssen uns das gleich sicherlich noch ein paar Mal angucken. Wir gehen jetzt als erstes her und verbinden die Conduit-Netzwerke wieder miteinander. Nämlich an dieser Stelle, den legen wir mal hier tot, den Anschluss, da soll nichts passieren. So und so. Jetzt machen wir als erstes Energy Conduits hier unten rein. Ender Energy Conduits, hätten wir vielleicht besser Conduits gesucht. Conduits nehmen diese hier, 40 Stück sollten reichen. Gehen dann mit den Conduits hier hinten in die Wand rein. Dann brauchen wir auch so wenig Conduit-Fassaden wie möglich. Hätten jetzt natürlich noch eine Ebene weiter nach hinten gehen können, aber belassen wir es mal gerade erst mal dabei. Zack, zack. Wir machen hier einmal die Conduits bis zu der Stelle und da kommen sie dann auch wieder nach oben. So, jetzt müssen wir uns den Platz aussuchen, an dem unser Turm später stehen soll. Das wäre dann diese Ebene, denn ihr seht auf dieser Ebene stehen auch diese beiden Türme. Damit wir in die gleiche Optik kommen, soll es eben auch diese Ebene sein. und dann kommen wir raus, setzen wir gerade den Wireframe-Block noch an die Stelle und dann müssten alle Conduits hier raus kommen. Das heißt, wir gehen hier rüber, hier kommen auf jeden Fall die Item-Conduits raus, da müssen wir an der Decke gleich noch ein bisschen Platz machen, sehe ich gerade, denn wir brauchen eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 und wir sind bei 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, unser Energy-Conduit an der Stelle muss überhaupt erstmal in diese Ecke ausweichen, damit wir hier genug Platz haben, um unseren Turm aufzustellen. Aber auch das kein Problem, Energy-Conduit kommt hier runter, wir gucken mal kurz nach Fassads, Limestone-Fassads, Limestone, einmal schauen, ob das auch die richtigen sind, nein, das sind die falschen Limestone-Fassads, da sind sie und verstecken mal gerade hier, bitte, das ist Painted Glowstone. Das ist eine Fassade. Conduit-Fassade, Painted Glowstone, äh, nicht Painted Glowstone, Mann, Verwirrung, Limestone, jetzt haben wir es. So, dann können wir den echten Limestone hier vorsetzen, beziehungsweise machen hier auch mal dann das und wenn hier dann der nächste Inscriber ist, dann brauchen wir hier nochmal Platz und da sowieso und da auch dann können wir das Fassadieren und den Limestone hier reinsetzen. nicht verwirren lassen, es wird gleich simpler. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Optik, damit auch gar nicht so viel Verwirrung drumherum entsteht. Das machen wir so und das Interface müssen wir noch weiter rüber rücken. Das heißt, wir nehmen uns das ME-Interface, das heißt jetzt hier Inscriber-Prozessor und wir müssen dieses Interface wohin bringen? Auf diese Ebene. Ist hier hin also. Zack. Okay. Was heißt das für uns? Wir müssen erstmal hier das System ausbuddeln. Ja. Wir müssen das System ausbuddeln und müssen bis hierhin quasi das Interface verlegen. Das Interface müsste jetzt wieder Interface heißen. Das ist natürlich doof. Wir suchen nach Inscriber und dann sehen wir nochmal Silicon Calculation. Wir suchen nach Prozessor. Da Inscriber Prozessor. Da müssen wir nämlich einmal nach außen gehen und benennen das Interface wieder um. Ist vielleicht auch was. Das hätten wir jetzt dann im Anschluss machen können. Hätten wir erstmal das Interface gesetzt und wenn alles funktioniert, dann machen wir die Umbenennung. Jetzt sind wir aber einmal schon halb draußen. Also nehmen wir das in Angriff. Hier ist kein Monster drin. Ganz ganz wunderbar. Wir nennen das um. Das ist einmal das, was ich zu Anfang der Folge berichtet habe, was wir in der letzten Folge getan haben. Wenn ihr nicht gesehen habt, einfach mal auf dem Kanal schauen. Da werdet ihr sie schon irgendwo finden. Falls ihr Interesse habt, die zu sehen. Wenn ihr sagt, okay, die ganze Folge war langweilig, brauche ich nicht angucken, dann lasst es. Gut, an die Stelle soll das Interface. Hier soll folgendes passieren. Extract Nein Insert auf dem Purple Kanal. Und jetzt muss das Interface aber noch folgendes tun. Das muss an einen Item-Buffer auf dem blauen Kanal die ganzen Sachen abgeben, die wir brauchen, um das System zu betreiben. Dementsprechend muss dieser Item-Buffer mal kurz weichen. Genauso wie diese Anlage hier. Und wir brauchen jetzt einmal den Item-Buffer not-painted, not-painted, Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Dieser wandert auf jeden Fall erstmal nach hier hin. Zack, da sind die ganzen Silicon-Sachen drin, ganz wunderbar. Wir konfigurieren den also auf Insert Grün, weiß ich jetzt gerade nicht warum, behalten wir es aber mal, Insert Grün, Extract Rot, Always Active, Extract, und da machen wir nicht Rot, sondern Schwarz, Always Active, Insert Grün der die ganzen Speed Karten da kriegen und soll auf Round Robin Enabled gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Round Robin Enabled. Gut, wir haben also unsere Versorgung mit den ganzen Klamotten wieder sichergestellt, wenn wir hier noch unseren Export Bus anschließen und dem verpassen wir die Crafting Card und ein paar Speed Upgrades und der soll Printed Silicon herstellen und zwar muss er da keine Rücksicht drauf nehmen, wo er das hernimmt, so das an der Stelle aussortieren, was brauchen wir nicht mehr, den ganzen Stein, das hier, dann das Silicon kann auch erstmal weg, glaube ich und hier unten kommt nur Silicon raus, alles klar, anschließen, vielleicht machen wir da Anker dazwischen, müsste theoretisch glaube ich nicht sein, machen wir aber mal, Anker einfach nur, um irgendwelche Kurzschlüsse zu vermeiden, Cable Anker zwei Stück so und so und jetzt das Kabel dazwischen finde ich irgendwie sauberer kurzer lag passiert ganz gerne mal wenn es ein Update gibt und man baut am ME System rum beziehungsweise ein Safe kein Update so jetzt haben wir darf es natürlich nicht auf schwarz machen wir hatten gesagt die ganzen Prozessoren laufen über Blau Blau Extract der darf Round Robin machen und was haben wir hier drin dieser Filter muss ganz offensichtlich noch nach drüben ich glaube das stammt einfach aus einer älteren Version von diesem System wir lassen es trotzdem mal einfach dabei dann bin ich mir sicher dass nichts umgebaut ist dass nichts falsch ist so den item fällt da hier drüben wieder rein wie gesagt ich glaube nicht dass der relevant ist ergibt erschließt sich mir zumindest jetzt nicht gerade so die Factory Blocks davor und hier das verschließen wir auch schon mal mit Factory Blocks genauso wie diesen Punkt ja sehr wunderbar wir machen hier schon mal Logic Calculation und Engineering Prozessoren die Rezepte schon mal wieder rein haben wir auch da wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar wir müssen gleich noch hergehen und die Item Buffer ein bisschen painten aber auch das sollte kein Problem sein wir brauchen noch Limestone hiervon hiervon reicht uns in jedem Fall ein halber Stack das hier rein gut also machen wir folgendes wir suchen noch ein Cable Light Grey Smart Cable dieses kommt hier hin und schließt das Interface an dieses Interface heißt Inscriber Prozessor und macht jetzt was genau zack ups beziehungsweise nein das war falsch da müssen erstmal diese Sachen hier hin wir brauchen nämlich unsere Conduits noch an weiteren Stellen so und dann verstecken wir das ganze unter Conduit das sind Fassaden Conduit Fassaden 1 2 nehmen wir mal die hier die sich nicht stacken warum auch immer aber ich wollte eigentlich glaube ich diese nehmen ich glaube wir nehmen diese Conduit Fassaden wo sind die jetzt das sind nicht die nein diese Conduit Fassaden wollte ich ganz gerne nehmen weil wir die hier an den Stellen auch genommen haben allerdings für hier Fassade da Fassade da hier können wir richtige Limestones hinsetzen und hier ebenfalls es ist ich gebe zu es ist ein bisschen durcheinander aber ihr werdet gleich sehen dass es eigentlich ein simples System ist wenn man nicht gleichzeitig versucht es auch noch irgendwie hübsch zu machen und dabei irgendwelche Reste aus dem ME System aufbrauchen möchte zack und zack und zack und zack was müssen wir jetzt also machen das ist noch eine Conduit Fassade die wir gerade nicht brauchen diesen Zugang möchte ich mir allerdings ganz gerne offen lassen hier zu unserem Wartungskanal so wir brauchen also jetzt unsere Inscriber wieder und wir bauen zuerst mal diese Seite auf zack zack ups müssen wir es noch irgendwie hinkriegen dass wir das ganze von oben angucken denn die müssen jetzt ja liegend aufgebaut werden so diese fünf die sollen von der Mittelseite aus Insert bekommen auf dem blauen Kanal zack und was hat der hier der hat schon irgendwas gemacht oder auf irgendeiner Seite irgendwo meine ich gerade hätte ich was gesehen da Printed Silicon bekommt der von unten wahrscheinlich das müssen wir abstellen der soll hier von unten gar nichts bekommen so nochmal Silicon raus ganz genau so hier soll also das Dings auf dem blauen Kanal die ganzen Prozessoren eingebracht werden und Extract auf dem Purple Kanal hatten wir ja gesagt das fertige Produkt wieder raus wenn wir das ganze jetzt speichern können auf einem auf einer Conduit Probe und übertragen das auf die anderen vier Inscriber dann können wir auch schon wieder her gehen und die ganzen Inscriber abbauen warum genau abbauen ist doch voll Panne jetzt würdet ihr vielleicht sagen aber wenn ich jetzt her gehe und baue die ganzen anderen Inscriber auf dann brauche ich ja eine Seite von der aus ich alle sehen kann um diese Einstellung ebenfalls an den anderen zu machen deswegen einmal alles abbauen die anderen Inscriber aufstellen und dann können wir die Einstellungen vornehmen die wir einstellen müssen so wichtig ist auch dass ich immer in die gleiche Orientierung gehe das heißt hier ist immer unten links ist immer die Mitte und oben ist immer nach vorne so dann nochmal kurz hoch 1 2 noch und dann müssen wir an die Stelle dann müssen wir uns hier gleich nach unten raus buddeln ja es ist ein bisschen beengt hier aber wir kriegen das schon hin so dann Inscriber ups da hätte ich fast den Hammer genommen gut dass mir das noch aufgefallen ist so dann müssen müssen wir hier nochmal einen nach oben ins scriber setzen dann gucken wir schon dass wir die richtigen steine wieder hinsetzen weil wir in die ecke doch in die ecke müssen wir nochmal rein in die ecke müssen wir leider auch nochmal rein und und zwar müssen wir dafür noch hier einiges mehr aufschlagen so und dann kommen wir gleich mit unseren conduits hier rein denn jetzt als nächstes müssen conduits gelegt werden in die Eckbereiche wenn wir alle inscriber entsprechend eingestellt haben warum funktioniert das jetzt nicht die kopierten settings von eben die übertrage jetzt auf jeden einzelnen inscriber das dauert einen moment ist aber kein problem so dann kommt das hier hin und dorthin und dorthin und theoretisch müssten die doch jetzt schon ne dürften sie noch nicht hört nicht auf das was ich sage wie machen wir weiter wir müssen dafür sorgen das gucken wir uns mal das Rezept von einem Prozessor an wir müssen dafür sorgen dass oben die Prozessoren reinkommen dass in der Mitte Redstone reinkommt und dass hinten das Printed Silicon reinkommt und da ist nämlich jetzt schon der erste Fehler wir sagen die Prozessoren sollen in der Mitte rein allerdings muss in der Mitte Redstone rein das heißt wir müssen das Ganze noch mal umbauen auf den roten Kanal orange white black red so Redstone in der Mitte speichern das nochmal und sagen das allen entsprechenden Inscribern die wir hier schon aufgestellt haben und wir müssen dann selbstverständlich auch die erste Reihe hier nochmal aufstellen und das Ganze nochmal einstellen deswegen müssen wir die Inscriber jetzt leider wieder abreißen ich kann es aber nicht enden so richtige Position hat er nur die richtige Orientierung nicht wir müssen das Ganze wirklich ganz penibel von oben machen so und ihr seht jetzt hat er die Einstellung die ich ihm gerade verpasst habe hat er jetzt schon ärgerlich nur dass ich Mist gebaut habe und ihm die falsche Einstellung verpasst habe deswegen müssen wir jetzt hier nochmal ran wir können jetzt allerdings die nächste Reihe Inscriber schon hier wo ich mich gerade befinde setzen und dann sind wir damit fertig wir sind so rum gegangen dann muss die Reihe Inscriber so gesetzt werden die erhalten jetzt alle nach und nach ihre Redstone in der Mitte ihr seht das funktioniert ganz wunderbar jetzt kriegen die alle Redstone die brauchen jetzt noch Prozessoren und beziehungsweise Circuits und Silicon Silicon von unten Prozessoren von oben das heißt wir brauchen wieder Item Conduits und sagen jetzt an jeder Stelle die oben ist an einem Prozessor muss ein Prozessor reinkommen ein Circuit die Circuits haben wir auf blau gelegt und sagen also blauer Kanal Insert nichts Extract genau so müsste es funktionieren zack 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 so nein hier soll immer alles reinkommen was blau ist und wir sagen ihm ok ok das ist oben die andere seite ist unten dementsprechend ist hier unten unten muss immer ein Silicon rein das haben wir auf den schwarzen Kanal gelegt insert auf dem schwarzen Kanal nichts extracten zack und damit kommt hier Silicon rein das ganze ebenfalls nochmal auf jede Seite die unten ist so das müssen wir jetzt an allen vier Ecken machen und was wir natürlich nicht vergessen dürfen ist das ganze mit Strom zu versorgen da hoffe ich jetzt einfach mal dass ich hier zwischen komme irgendwie oder das ganze von unten machen kann sonst muss ich nämlich erneut eine Seite von dem gesamten System abreißen wir gucken mal wie weit wir kommen ich glaube ich muss vielleicht komme ich von oben nochmal ran das wäre ganz super zack von oben wie weit kommen wir denn da dran ich glaube es reicht aus ja wir haben von unten aus drei geschafft und jetzt von oben nochmal zwei sind fünf und das ist auch die Gesamthöhe von unserem Turm schließen die Decke schon mal denn damit haben wir eigentlich nichts mehr zu tun der Turm steht jetzt hier in der Ecke und wir gehen nur noch her und machen unsere Conduit Verkabelung wir gehen also ran mit den Item Conduits da auch nochmal die Decke zu und dafür hier auf damit ich einstellen kann machen wir gleich auch wieder was davor zack zwei drei vier fünf und jetzt sagen wir das hier auf die gegenüberliegende Seite zack 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 und der fünfte und blau auf die Oberseite von diesen und das Ganze lässt sich auch ganz super kontrollieren war es richtig das war es wenn hier genau das Printed Silicon drin liegt das müssen wir jetzt an den zwei verbliebenen Seiten auch noch machen das heißt hier in der Ecke zwei drei vier fünf wir gucken gerade mal was hatte ich jetzt hier blau war Prozessoren und Prozessoren müssen von der Oberseite rein das heißt wir gehen hier hin machen die blauen von der Oberseite aus rein das sind ja die wo jetzt gerade schon das Silicon drin reingekommen ist und stellen die mal kurz auf schwarz schwarz kopieren des settings wieder kontrollieren einmal es müsste jetzt wenn dieser auf insert steht mit schwarz ist das schwarz black dann sollte hier eigentlich zeitnah ein Dings ankommen also wir müssen die Kondo jetzt natürlich noch verbinden dann sollte jetzt hier ein Silicon ankommen Printed Silicon ganz wunderbar wir machen an der Stelle schon mal eine Fassade drüber und kopieren diese ganzen diese settings jetzt auf die ganzen Anschlüsse oberhalb so optimistisch wie wir sind bauen wir uns hier wieder direkt raus und machen die Ecke zu und sagen einfach mal hat geklappt denke ich mal gucken mal stichprobenartig überall ist Silicon drin als letztes noch diese Ecke zack 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 und dann übertragen wir die schwarze Einstellung hierhin einmal kurz kontrollieren genau die blaue ist auf der gegenüberliegenden Seite so und die blaue nach dorthin das heißt jeder kriegt jetzt von der Mitte aus Redstone von oben aus die Prozessoren beziehungsweise die Circuits und von unten aus Silicon das Ganze auch dauerhaft und sobald die Prozessoren bestellt werden kommen die eben dann von oben dabei jetzt müssen wir die Anlage noch komplett mit Speed Upgrades ausstatten und dann sollte es das auch gewesen sein schauen mal kurz Moment ja genau wir müssen alle noch mit Speed Upgrades ausstatten und dann läuft die Anlage hoffentlich so wie geplant und hoffentlich super schnell und dann haben wir damit auch das letzte technische in diesem Raum hinter uns gebracht hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert hätte ich am Anfang nicht noch die Level Maschine vorgestellt wären wir vermutlich auch mit einer normalen Folgenlänge hingekommen jetzt ist es halt eine XXL Folge aber bei einer doch schon etwas komplexeren Maschine kann man das glaube ich ein bisschen verschmerzen jetzt haben wir noch ein paar Speed Upgrades über da gucke ich jetzt gerade mal rein wo die denn herkommen hier sind sie verbaut da sind sie verbaut und hier bei blau sind sie ebenfalls verbaut das heißt also irgendwo waren welche drin die nicht nötig gewesen wären gehe ich jetzt einfach mal erstmal von aus so hier noch Steine rein die das ganze verdecken dann müssen wir oben noch Boden wieder drüber setzen und dann sollte die Anlage funktionieren ihr merkt schon ich bin sehr optimistisch heute indem ich das einfach alles zubaue bevor wir überhaupt getestet haben ob es funktioniert das machen wir jetzt wir suchen uns die Anlage raus indem wir sagen wir möchten gerne Prozessoren craften wovon haben wir gerade am wenigsten hier von den logic 1000 logic prozessoren dafür brauchen wir 1000 von den logic circuits die scheinen wir noch zu haben was anderes braucht er nicht sieht er zumindest nicht dass er das braucht weil das macht die Anlage von alleine und ihr seht hier kommen die logic circuits an und das auch auf allen Ebenen die fertigen Prozessoren werden abgezogen da ist ein Fehler das heißt wir müssen hier die vordere Reihe nochmal abmachen weil irgendwo irgendwo in der hinteren Reihe noch ein Fehler ist da ist irgendeine eine conduit geschichte noch nicht richtig verkabelt da gucken wir einmal genau hin die stehen alle noch auf grün ne nur die unteren hier der steht auf blau das ist auch nicht richtig ok wir müssen also hier nochmal mit dem conduit probe ran kopieren das und setzen das nach da gegenüber kann man das vielleicht ja man sieht es nicht so genau erste Ebene zweite Ebene dritte Ebene vierte und ganz oben die fünfte ich zähle so penibel nach weil ich nichts vergessen darf und jetzt scheint das ganze system hier auch zu funktionieren jetzt muss man noch überall die die logic circuits rausnehmen hier oben scheint es eben auch zu funktionieren redstone kommt an der richtigen stelle an jetzt müssen wir hier nur noch die inscriber wieder reinsetzen wieder richtig anschließen scheinen auf jeden Fall schon gut zu funktionieren ich bin wieder irgendwo in der decke der inscriber hat noch nicht seine richtige position so einmal checken hat er immer noch nicht die richtige position das ist halt extrem wichtig dass der wirklich so ausgerichtet ist dass alle Seiten oben unten und die Mitte eben zur richtigen Seite hin zeigen jetzt kriegt er noch seine speed upgrades zurück hier diese Seite und dann würde ich sagen war es das an dieser Stelle eine etwas größere XXL Folge die euch hoffentlich ein bisschen weitergeholfen hat die euch hoffentlich ein bisschen Verständnis dafür gegeben hat wie das ganze funktioniert und warum das ganze funktioniert und euch hoffentlich wenn ihr dieses Modpack selbst spielt und diese Anlage selbst auch aufgebaut habt die euch dann auch dabei hilft das ganze nachzubauen ich fake hier unten mal ein bisschen die Fassaden statt die Dinger hier zu painten habe ich mich gerade spontan dazu entschieden zack zack hier Fassaden davor zu setzen das fällt überhaupt keinem auf wenn wir das an der Stelle noch machen ja das sollte so reichen dann sehen wir noch Glas Fassaden davon haben reichlich im System machen das ganze wieder zu machen die Factory Blocks davor dann sieht man die Kante nicht und dann muss man auch überhaupt nicht hier unten noch irgendwas anmalen sondern es sieht aus wie an jeder anderen Stelle in diesem Raum auch das System ist gut verpackt gut aufgestellt ist da hinten ja ich glaube in der Ecke gut gut eingebaut sieht ein bisschen anders aus als die anderen vielleicht setzt man hier noch ME oder conduits ME conduits einfach als fake oben drüber könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben ob ihr findet dass das optisch irgendwie was ausmacht wenn da noch die ME Kündig dran sind finde ich sogar ganz gut wie gesagt die haben jetzt keine Funktion an der Stelle die sind einfach nur dazu da um das Ganze optisch an die anderen Systeme anzugleichen einfach so ein bisschen lila mit rein bringen Ich hoffe das gefällt euch mir gefällt auf jeden Fall ganz gut die Anlage scheint zu laufen wir müssen den Crafting Job hier noch abbrechen 16 Stück sind nicht gecraftet worden liegt daran dass wir zwischendurch in der Anlage rum gepfuscht haben aber grundlegend funktioniert die Anlage ihr habt es gesehen da bleibt mir an der Stelle nur mich bei euch fürs Zuschauen zu bedanken macht es gut bis zum nächsten mal und ja tschüss